Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Im entscheidenden Kampf. Wir kriegen nur Anfragen von schwachen Gegnern, von Nobodies, von Anfängern. Die wollen alle nur auf deinen Zug aufspringen. Es gibt jemanden. Kein Fall, Max. So dumm kannst du nicht sein. Ich hab ihn kämpfen sehen. Keine Chance. Um Anerkennung. Henry Maskel. Heino Ferch. Wladimir Weigel. Und Arthur Abraham. Schmähling gegen Louis. Der Jahrhundertkampf in New York. Der braune Bomber gegen unseren schwarzen Ulan vom Rhein. Seht ihr das? Ich sehe eine Kampfmaschine. Ich sehe Gefahr. Ich sehe die Niederlage, Max. Hitler erwartet den Sieg der Herrenrasse. Wir haben den Himmler. Die spielen alle mit. Ich muss Ihnen doch nicht erklären, dass dieser Kampf zwischen Ihnen und Louis kein gewöhnlicher Kampf ist. Siegen Sie für den Deutschen Boxsport und fürs Vaterland. Max Schmähling. Eine deutsche Legende. Du bist Max Schmähling. Der Champion. Du wirst kämpfen, mein Junge.